Ich habe vor allem überlegt, ob du mir noch die Nudeln machst, aber das weißt du nicht. Nicht, dass du überfressen musst. Es ist einfach Schöpfchen. Es ist einfach Schöpfchen. Wenn es reicht, dich satt zu machen, dann... Ja, ja, ja. Ohhhh... Ähm... Okay. Kannst ausziehen. Meine Schnitze, der wird ausradiert. Natürlich, Digga. Natürlich. Achso, ihr seid schon dabei, liebe Leute. Herzlich willkommen. Ich wusste ja nicht, dass ich live bin. Ach du Scheiße. Ich bin die ganze Zeit schon live. Ich dachte, mein Mikro fängt es aus. Ähm, ja. Wir zocken jetzt nämlich gerade hier ein bisschen... Mach doch mal. Immer dieser Oskar im Hintergrund. Aber... Der mit seinem Rollstuhl. Jut, ähm... Wir hauen jetzt hier mal alle weg. Wir zocken Little Planet wieder weiter. Little, äh... Mann, wie heißt die Scheiße hier? Little Nightmare. Ja, genau. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Dieses Mal. Das Spiel soll ja nicht so lang sein halt gehört. Deswegen hoffe ich, dass wir, ähm... Da vielleicht auch bald durch sein werden. Natürlich ist das alles noch geheim. Man kann da hier... Man kann nicht so viel verraten. Aber wir zocken einfach mal los. Also... Geht ja nicht mehr, wo wir stehen. Die Beamen waren das letzte Mal. Jo, herzlich willkommen zum Livestream. Hier, äh... Hauen sie alle weg. Wir sind hier immer noch in diesem Schuhparadies. Irgendwie müssen wir hier weg. Sieht schon krass aus. Wir sind anscheinend immer noch auf dem Schiff. Also ich denke mal, dass wir auf dem Schiff sind. Weil sonst würdet ihr nicht so schaukeln. Ganz logisch. Das ist Chris, äh... Chris Logik. Easy Peasy. Morgen um 0 Uhr, ja? Also morgen, äh... Um die Zeit, äh... Wenn wir uns Ready machen, für... Quay. Da kommt der Oskar wieder von der Toilette. Ja, und er wird kurz für die Ranger halt. Da ist er wieder. Er hört wieder seinen... Seinen Power Ranger-Song. Easy Peasy. Ich hab 320 Zuschauer jetzt schon. Nice. Und, äh... Ja... Ich hab ja mit dem S. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Du machst das schon automatisch, wenn du dann alleine für dich zockst. Machst du das auch schon. Ja. Total strange manchmal. Ja. 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 Moin, Elpa. Ja. Ja. Wodka. Ja. Wodka. Ja. Wodka. Ja. 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 stilla. Ja. Und Wissen. Ja. 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 Das war Sch Vereins». noch ein rei Nein, mein Daher, oder? Hat die sich bewegt, die Küste? Hä? Ach, hier wohnen die Wichtel. Hier sind Wichtelhausen, nein, hier die ganzen kleinen Wichteln. Siehst du gleich, alle vor mir weglaufen. Hier springe ich nochmal. Nee, nee, muss von links nach rechts. Musste vorher schon hoch, ja. Hier, nehmen wir das Ding mal. Ich weiß nicht, wie ich mich so ein bisschen verletzen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich mir das habe. Ich weiß nicht, wie ich das habe. Wie du siehst? Wie du die sehen hast, wie du siehst? eigentlich reißt er mir noch den kopf ab war nicht zu langsam war zu schnell da muss ich ruck klettern wo er lang fährt das war nicht so weit ist ihm da das war nicht so weit ist ihm da das war nicht so weit ist ihm da Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hi Mike. Ooooooh. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Mies. Wie das ist, dass ich so ein krasser Fuck habe. Und seit Mike nicht überlebt. Wir sind ja wieder. Krass. Feuerzeug hattet. Vieh aber. Oh, Tür. Ja. Oh, fuck. Fack mal, wo soll ich denn da langsig einfach durchgehen hat. Oh. 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 Oh, das ist blind, Mann. Oh, das kann man schon hören. Meinste? Hat so ein Augenverband. Geht doch um die Ohren und so. Ja, aber ich versuchte es dann doch. Vielleicht musst du die Ohren drin schmeißen. Ja, das Tür wegziehen. Aber da muss der Winter die Umkippt. Hm. Wer ist denn da? Weil ich die Ohren drin steifte. Ja, das ist er. Geht ja gar nicht klar. Oskar ist richtig gut im Welfe. Ja. Kannst du mal gucken. Ja. Halt es raus. Naja. Waaah. Ich darf es genug machen. Ja. Ich darf es genug machen. Ich habe einen Schluch. Ich habe einen Fluch. Ich habe einen Schluch. Ich habe einen Schluch. Wir sehen uns nicht so. Der Schluch. Das ist ein Schluch. Das ist so zärtlich! Wie soll denn da ein Klavier zustehen? Du hast dich auch mal aufgehangen in deinem Zimmer. Boah, bist du auch tot? Ist jetzt schon ganz alt, Amila. Ne, mach mal schnell. Ach so, ne, doch nicht. Guck dir ab. Was ist los mit euch, Leute? Was ist da los? Was ist da los? Ja, das ist da los. Das war's. Was ist das? Ja, das war's. Hm, easy, weil ich es kann, wir bauten so hohe Irgendwann scheitert ein Hebel oder so Ich kann hier nicht, hör mal Moin Okay, ja, ich steh'n so raus Er sortiert die Bücher um, deswegen haben die so lange Arme wegen dem Bücher Ich kann hier nicht mehr so gehen Ich kann hier nicht mehr so sein Ich kann hier nicht mehr so sein Ich kann hier nicht mehr so sein Und hier ist der Schuss Oder oder? Ist der Schuss? Was soll ich da machen? Zwei warten, bis er zwei Bücher anhand hat. Das ist unmöglich. Hier willst du? Nein. Jetzt doch, oder was? Halt, ich will sie essen jetzt doch nur essen. Du bist wie einer. Das ist keine Befriedigung, Alter. Na toll, wir müssen da wirklich hochklettern, dass du rechte habt. Aber ich nehme eine Befriedigung, Alter. Ich denke, dass wir gut geholfen sind. Ist was noch lange für heute? Ja. Das ist ein bisschen mehr über diesen Wissen. Ja. Oh, 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 oh. Oh. Ha, ha, ha. Hurray. Ja, richtig knapp hier. Ja, da hast du den Hebel. Warte, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Benutzig dir den Hebel. Ja. Benutzig, kann die Tür öffnen? Nein, einfach der muss die Tür öffnen. Du musst zuerst öffnen, es läuft. Was ist das denn, ein Hut oder was? Ja, das ist das. Ich könnte auch mal hier die Kiste aus anderen Leuten. Das ist ein Verstecken, Wolf. Ich grein wieder zurück, Mann. Ich grein wieder zurück, Mann. Chill doch mal. Alter! Chill, du, Mann. Bevor der weiß, wo ich bin, hab ich den Hebel schon wieder. Und er muss ja gucken, wo. Jetzt hast du schon alles runtergeworfen. So, wirst du einfach nicht gelesen. Ja, er hört ja den Fernseher. Ja, der Fernseher ist genau da, wo du eben musst, ey. Du hast kein Stück Fantasie. Ich bin doch jetzt hier, wo der Fernseher ist. Ja, ja. Wenn er den Fernseher ausmacht, dann bin ich aber doch schon raus. Aber er macht doch nicht den Fernseher aus. Doch, ich glaub schon. Er läuft da langsam hin und macht den Fernseher aus, weil der Fernseher hier total nicht. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist so ein perfektes Club. Ich und Lack, bei mir ist der Talent und Können. Ich bin hier gerade hochgesprungen auf den Dixums und musste halt noch so ein Hebel ziehen und da ist er wieder zurückgekommen. Wie, da muss ich irgendetwas hinfahren jetzt? Was war das Ding? Musste ja jetzt schon alleine rollen. Was war das Ding? 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 Das Ding ist ja hier. Ist da meine Pfanne noch? Lass ich schon mal anmachen. Ja mach nochmal an. Hä? Was war das Ding? Was war das Ding? Ja. Was war das Ding? Ich war das Ding. Ich war das Ding. Ich habe das Ding. Was ist das Ding? Das Spiel ist. Ich bin neu. Wie geht's hier? Alles gut? Das war schön. Ich brauche keine Brille. Ich hoffe dir gehts gut. Sonst gehts auch gut. Mir gehts gut. Mir gehts gut. Wie gehts dir? Kannst du das Lied haben? Nein. Kennst du das Lied von Tut an Chamund? Echt nicht? Polizei, ja? Kennst du nicht? Die Polizei hält mich an. Die Polizei will ausweist, ich sag ausweist, es ist nicht da, ja? Die Polizei fragt, was machen sie mit den Pappen, ja? Sag ich bastelt Schilder, ja? Kennst du nicht, Alter? Sag ich sie gleich mal. Mir gehts gut, ich kenn das Spiel selber. Echt, du kennst das Spiel selber? Aber wir haben uns jetzt mal geholt und sind noch gar nicht so weit, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie weit wir sind. Na ja, guck mal, wir sind schon Level 4, also Part 4. Und spielen bestimmt schon 2 Stunden und Spielzeit ist irgendwie 3-4 Stunden. Also Hälfte müssten wir eigentlich schon rum haben. Guck mal und hier, jetzt ist ein richtig geiler Trick. Ja, auf die Tür, ja, auf die Tür. Ja, auf die Tür, ja, auf die Tür, ja, auf die Tür. Ja, aber die ist so klein und das kennst du von dir auch immer, aber das ist so früh auch normal. Ah, die Leute hören dich ja nicht richtig. Du können die Leute dich nicht richtig quatschen hier. Noch nicht weit, ach du bist da auch noch nicht weit, sehr schön. Ja, du kannst gerne ein Like und ein Abo dalassen. Könnten wir uns ja gerne mal, ja, können wir uns ja austauschen hier. Ja, wie... Jetzt haben wir ein Rätsel haben, wo er will nicht weiterkommen. Oh! Damit hat kein Mensch gerechnet. Aber komm, ich muss den ganzen Scheiß nicht normal machen, Alter. Echt, Alter, jetzt habe ich es gerade geschafft, Alter. Und jetzt wegen so einem Blödsinn gestorben. Oh, nee, muss ich nicht, aber zum Glück. Sei noch... Ich bin noch nicht bei der Hälfte. Ich bin noch nicht bei der Hälfte. Aber wir sind noch nicht bei der Hälfte. Mann, Alter. Zeig schon, wie du den Chat lesen. Ich bin noch in der gleiche Verlieren. Ja, du darfst den Tisch mit benutzen. Ja, du darfst den Tisch mit benutzen. So habe ich das gehört. Ja, du darfst den Tisch mit benutzen. Vögel, schreib mal. Ey, jetzt hab ich es schon wieder verhessen. Wird sie mich eigentlich verarschen, Alter? Ich hab mich jetzt hier vorgeklickt. Schokolade. Scheiße, ich muss den nie wieder raus. Voller Blut. Geil, dann kommt der da runter. Mann, ich hab's schon wieder vergessen. Das 6. Mal hintereinander hab ich vergessen, dass da die scheiß Falle ist. Gehst du dich verarschen, Alter? Weil ich immer so lange brauche zum Laden, so. Das ist genau meine Vergessenszeit, so. Fünf Sekunden, Alter. Jetzt hab ich dran gedacht, jetzt passiert's mir nicht noch. Hier, guck. Mh. Mh. Wenn ich bitten darf, könntest du meine Freunde grüßen. Sie heißen Jannis, hi Jannis, hi Elias und hi Basti und hi Julian. Wunderschön, dankeschön. Was läuft bei euch? Was läuft bei euch allen? Sein ganze Gang. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ihr könnt gerne mal ein Like da lassen. Willst du mich verarschen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach meine. Ach meine. Wir versuchen die 2.000 Abonnenten zu knacken. Also erstmal 1.5. Vielleicht doch erstmal 1.100. Aber. Wie ist der Wendet immer Rolls, Rolls. Wende Rolls, Rolls, Rolls. Alter. Nein, Mann. Was geht's denn? Ich hab grad nach oben gegriffen. Ich hab' den Kloß gerannt. Wie alt bist du? Grade mal 25. 20. Und du, Oskar? 12. Oskar ist 12. 12. Irgendwann mit, auch irgendwann mit 20 ist er. Wahrscheinlich. Ich muss warten bis die Hände weg sind, Digga. Ja, weil ich gleich wird dir alles gezeigt. Du, Oskar. Ja, ist okay. Alles gut. Ich hab' jahrelang einen Tomb Raider gezockt. Und das ist nicht, dass du keine anderen sehn. Das ist ein Wahnsinn. Ja, 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 das ist ein Wahnsinn. Ja. Und das mit ihrem Zehn aus, Alter. Ja.. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gitterstäbe wegziehen, ganz einfach, Heike auf ihrem Blick gesehen. Und zwar hier ist ganz einfach, welche Gitterstäbe eigentlich. Achso, ein Dägenstark. Nice, guck mal, die Arme sind ab. Cool. Es gibt voll viele von. Die Station hier ist voll. Irgendwie ein Schiff oder so. Das hättest du sonst nie geschafft. Ich hättest es sonst natürlich auch geschafft, meint Oskar. Ach so, das ist die Pfanne, ne? Aber schon wieder, wa? Ach man, Alter. Na nee, die Pfanne, ach nee, die kleine Pfanne solltest du ja machen. Ja, das tut los. Ja, sorry, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Fuck man, wir haben Mike selber gleich. War furchtbar, ey. Man kommt ja hier zu gar nichts mit diesem scheiß lauten Kach. Zieh an, als ob ich neben dem Scheiß fülle, als ob ich in einem Flughafen sitze und zocke. Scheiße stinkt das. Ja, das ist hier blöde Fett. Ja, wir sind schon zweimal durchgebratet. Ja, Alter. Ja, Alter, wir sterben ewig. Wie Ewigkeit. Ja, wir verrecken. Warum machen wir weder auf unseren Tod so? Ja, da kommt der Ma vielleicht so nach ein paar Wochen. Wie räumt denn auf dir? Ja, auf die Räumt denn. So, dass nichts passiert wäre. Ja, genau, dann geht wieder. Und geil, ich kann mich da einfach festhalten. Super Chef Button. Ja, Juhu, endlich Super Chef Button, ja. Ja, den kannst du ja mal benutzen, ich weiß nicht wie man den benutzt. Ich weiß nicht wie man den benutzt. Und deswegen kannst du mir den ja auch nochmal zeigen. Der geht jetzt irgendwie schon wieder scheiße. Ist ja kalt. Naja. Ich gucke die Tür auf den Platz. Ach, scheiße, jetzt sind wir wieder ran, ja. Ja, die kotzt ja irgendwie weit wegen. Auf jeden Fall danke für die Likes, meine Freundin. Und freundlichen Zuschauer, meine ich. Ja, die Ratte kann ich essen. Ja, die Ratte kann ich essen. Geil. Was bist du denn überhaupt? Ja, das wissen wir ja nicht. Ja, das stimmt. 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 Jetzt sind ja Panische Macher, eigentlich sind die dafür bekannt, dass sie harte Sachen machen. Schau mal, wir muss ihn da herüberschieben. jetzt komme ich zu dem koch schreiben danke für den spoiler krass guck mal da ist der koch schnitzel ab kann es einfach mal ein dati wirst schnitzel 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 Ohhhhhhhhhh Ich habe es nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so. Ja, das ist gut. Wie hoch das Level aber an sich ist. Der geht jetzt immer irgendwie wieder zurück. Hier der Oskar wird weiterspielen, dann kann er hier... Ich weiß nicht, 4 muss hier mit greifen. Exel springen, 4-Eckes-Rennen. 4-Eckes-Rennen? 4 gedrückt halten. Ganz leicht. Muss es dauerhaft schicken? Ach, keine Ahnung. Nee, ja, Erzheim muss dauerhaft klettern. Zum Klettern auch? Ja, das ist ein bisschen... Wir kochen die 5. Wir kochen die 5. Lass mal die Tür lieber auf, ey. Ist auf jeden Fall noch nicht so rausgezogen. Schmeiß jetzt mal eine Klopapierrolle runter. Kann ich gar nicht. Schmeiß. 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 Ja, ich weiß nicht, Schmeiß dieart ist, da musst du ran springen. Wenn Erzweige drückt hat, dann kommt er mit dem Zufang her stütteln. Das ist halt ein bisschen kompliziert Digger Weil den gehen kriegst du riddin oder? Jetzt kommt der Koch, jetzt muss er halt... Versteckt dich hinterm Bett tracken. Auch die Beschlüsse hinterm Bett bleiben. Aber da kann man ein bisschen übergreifen, Alter. Soll sie warten oder weiter gehen? Aber hier komm ich ja nicht durch. Oder? Ja, aber guck ich komm hier doch nicht durch. Achso. Wie denn? Zwei zu dir ziehen, oder? Nein. Spitz, Spitzchloro, oder? Soll ich da so beurteilen. Aber wie musst du das ja auflegen? Hier sind Dings. Ah, hinten gab es so ein Hebel. Er geht, er geht. Und die Tür wahrscheinlich drückt da hin. Soll ich ja? Wie spring ich? X, oder? Oh nein. Halt den Schlüssel fest, Alter. Nein. Jetzt bin ich wieder hier. Wie bück ich mich? Hm? Wie bück ich mich? Was bück ich mich? Bücken! Bücken, das L2. Ja, bück ich mich. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Jetzt schreibt ihr da. Wie heißt die in echt? Wie heißen, ähm... Er legt den Namen aus. Er legt den Namen aus. Das hab ich nicht gehört, ey. Wer ist denn Peter und Klaus? Peter und Klaus ist die Tür aber rausgegangen. Nein! Das hab ich gesehen, fette Schlampe. Du musst ja jetzt ein bisschen sehen, wie das... Das ist so der übelste Skiller. Ja, bei dir auch. Nee, muss ich das jetzt alles normal machen? Boah, ist ja richtig Krotte, alter. Oh nein, der Schlüssel liegt hier, geil. Boah, scheiße, alter. Nein! Oh nein, der Schlüssel. Das ist wirklich kr Bubblegum. Oh nein, das klappt! Ja, das macht dich. Das ist schon cool. Ich glaube, ich hab alle, wer in die Mitte keine Zeit gemacht! Los da Wagen. Wenn du mal sagst. Ich bin so stark, was du mal auf alle, w demanded und ich mich. In der Sonne. Ja, ich bin so stark. Ich bin so stark, dass ich so richtig kothatlich bin. Ich habe mit alles. Jalla jalla jalla. Natürlich, wer quietscht hier so. Scheiße, ihr habt die falsche Treppe genommen, glaube ich. Ja, aber rechts rum geht auch nur Treffer. Und dann soll ich wieder zurück gehen? Dann soll ich einfach fein lassen und die andere Treppe wieder runter. Der ist ja nicht so schnell. Nimm mal die Flasche, was der Hoff ist. Ja geil, aber hier liegt der Schlüssel, den ich erst holen muss. Glaubst du? Nein, das ist nicht mal kaputt gegangen, das Teil, Alter. Scheiße auf das Fass, Alter. Volles Kinderspiel schafft mir gar nichts, ey. Ja. 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 Ist klar, Alter. Ich will folg hier nur deinen Anweisungen. Ich habe schon davor gesehen, dass die nicht sind, ey. Jetzt ein bisschen. nicht zu fett zurückgegangen, Alter. Ich lecker jetzt und so. Das wird bloß hier schlafen. Wann kann ich ja nicht ja noch. Mach ich das einfach. Genau. Ich will das nicht. Und wenn die Polizei auf Heimberg, ja, dann halte ich dir uns da an, ja, denn wir fliegen uns aus der Schatten, ja, und spiel auf Handlos, das Schirr hat, ja, und die Paskin trotten, ja, die Polizei, ja, ich zeige es auch mal, ja, wenn die Tingskont, ja, und Paskin wurden genommen, ja, Mache die Paula, ja, erzähl mir was Ayah! Vor vier Gesellen. Einckelnehmer. Herzlich Willkommen. Hi ja. Das место soll erstrecken... Was muss ich machen, um mich hochzuziehen? Was muss ich machen, um mich hochzuziehen? Hochzuziehen! Hochziehen! Hochziehen! Ziehen! Schafft sie bestimmt nicht deswegen. Also er hat zwei Rückhalten und dann einen Kreis drehen umgelegt. Nee, das wäre jetzt schon klar irgendwie, aber das andere. Ich hang da vorne so ein Ding ins. So ein Ding ziehen, rum springen, X und R zwei. Ich muss erstmal das Deckel machen. Nice, ich mach Würstchen. Nee, ich mein eigentlich hier. Gucke. Ist es zu schwach, sich hochzuziehen? Ja, was du schaffst das? Kann ich irgendwie was greifen? Ja. 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 Umm. Ja. 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 Okay. ... ... ... ... ... ... Hahaha, das ist ein Tier. Ich weiß, wir waren die Scheiße. Aber guck mal, das ist das nicht so. Ja, guck mal hier, das meine ich. Ja, und aufstehen, dann achten, das darf ich auch nicht, weil das ist. Da kannst du dich, da kannst du nur fokussieren. Ach so, okay. Wenn du mal durchstehen, logisch. Kann ich irgendwas ziehen, kann ich bis jetzt ziehen? Ja, mit 1-2 kannst du dich festhalten und dann ziehen oder schieben. Ja, aber der greift ja nicht, ja. Aber du hast jetzt, hier würde man greifen. Jetzt, hier würde man... Was soll ich denn mit den Würsten machen, ey? Was? Was? Was ich mit den Würsten machen soll. Die Würste vielleicht dann irgendwo rumschmeißen? Also, es geht. Es war ein bisschen schwarz. Irgendwann einfach unentwickelt. Das war alles gut. Ich konnte ja auch nur eine so ein Dings rausholen. Und es kommt nicht mehr raus. Was ist das? Was ist denn ein bisschen... Was ich auch schon gemacht? Was ich auch schon gemacht? Winkt irgendwie nichts. Vielen Dank. Hey, komm ich auf einmal hier hoch? Ah, das musst du mir doch sagen, dass ich mit Anlauf höher springen kann. Ja, das muss ich mir doch sagen, dass ich mit Anlauf höher springen kann. Mit Anlauf kommen wir höher. Jetzt wollen wir alle Bescheid ziehen. Was war das? Ah, ich glaube ich weiß, dass ich machen muss. Ich muss hier noch ein Fleischstück drauf haben. Ich muss das Fleischstück erstmal auf die Luke machen. Wie greife ich? Alle zwei, genau. Da krieg ich endlich ne größere Wurst. Boah, ich fahre da abscheißen. Das ist auf jeden Fall ein Mensch. Aber hier muss doch auch noch irgendwas sein. Auch immer gut, dass man hier so gut die Sicht ändern kann. Da oben geht's. Ja, da oben geht's. Ja, da oben geht's. Ja, da oben geht's. Ja, du Geistensprung. Ich probier's erstmal die Wurst zu machen. Vielleicht hilft's. Das bestimmt so eine ewig lange Wurst machen bis sie runter geht und ich mich darüber handeln kann und dann wird die auf jeden Fall jetzt immer noch nicht reichen Wollte ich mal sagen Ich glaube ich brauche noch eine Das ist ein Fleisch oder irgendwie auch wenn man das Fleisch geben will Jumperliss Ich kriege eine extra dicke Wurst Das habe ich mir vorhin schon gedacht Flop lecker 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 Jetzt kann ich hier nicht weiter schieben hier das wird doch locker nicht reichen Ich bitte Das ist so easy. Job. Und schwingen. Und flieg! Klar, hab ich sie auch gemacht. So, eigenbildig der Bräuer. Immer doch. Oh, hier ist schon wieder ein Schlüssel. Woher? Hier ist ein Hebel. Oh, geil. Oh, geil. Der Fetzer kommt so super. Ein Viereck. Ach, wie scheiße. Ich denke mal, ich renne mit R2, Alter. Nee. Wo hast du denn mit R2? Hm? In welchem Spiel rennt man denn mit R2? Keine Ahnung, Alter. Irgendwo. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber mit dem Spiel rennst du auf jeden Fall mit R2? Du musst das wohl in die Fall machen. Na gut. Ja, was hier machen wir? Fett, das soll mich nicht lieb. Okay. Wer verliert jetzt ein Schlüssel? Warte, warte, warte. Ich kann mir den so einen Nacken an. Soll ich jetzt loslaufen? Ich bin jetzt schnell in der Fahrstuhl. Ah, okay. Ich bin jetzt nicht wieder. Ich bin jetzt schön hier. Ich bin jetzt hier. Geht schon. Was für ein Stück Wurst? Scheiße hat er nicht gesehen. Braucht ja keine Wurst mehr. Braucht den Schlüssel und der liegt da oben drauf. Ich glaube sie kann jetzt einfach hier warten. Spricht irgendwas zum Bewerfen oder so? Lopst du mal nach links? Nee. Das sieht er nicht nicht. Komm mal weg. Wenn er nach links rennt. Mit den Flaggen. Das sieht er nicht. Schlefft dich mit Essen. Machen. Ich habe wirklich nicht gesehen wie dumm es das ist. Okay. Okay. Nimm mal. Das ist schon krass. Klar. Bitte. Ich weiß ja gar nicht, oder? Ich will den Scheider werfen. Ah okay. Wirst du auf? Ja gerne. Ich will den da schlafen. Hä? Warum wirst du denn nicht? Ich werde den da schlafen. Ich bin den da schlafen. Oh. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hier kann es ja wieder. Das ist wieder einmalig Das ist wieder einmalig Hex-Wolfler Wolf-Hexer Gut Leute, wir hören jetzt ruhig auf Let's playen Nach dem Rätsel Ha! Was geben, der ist praktisch ähnlich Woher Wohoho! Wohohohohohoh Die速 cuenten Dave das war locker okay wir hören jetzt hier auf Peace out ihr Arzen Peace out die Brüder Games das ist ein Leiter